Hier wurde vor wenigen Wochen ein Campingwagen geklaut, sodass wir dann engagiert wurden, für die Zukunft hier etwas mehr Sicherheit ins Haus zu bringen. Ich bin jetzt wieder dabei, die Kabel zu legen. Dafür bin ich auf dem Dachboden. Das ist ein Kalkboden, wo man wieder ein bisschen kriechen darf. Das erste Kabel hängt hier schon und das zweite ist jetzt gegenüber gesetzt. Das werde ich jetzt gleich machen. Da nehme ich euch wieder mit.